Ich bin das Schlechteste. Naaaaah! Naaaaah! Komm, mach... Ja, egal. Oder ich muss dem den Ball geben. Passt das? Nee, scheiße. Der ist zu weit weg. Gib mir den Ball. Nee. Warte. Der hier muss den kriegen. In der Mitte hier. Nimm die mir irgendwann den Ball ab. Automatisch. Ja, ne? Nimm jetzt den. Ja. Renn. Der ist drin. Perfekt, Alter. Scheiß Controller-Einklemmer hier. Hallo? Hä? Das muss ich so schießen, oder was? Ist das deren Ernst? Ich kann auch so Winkel machen, ne? Was ist das denn? Das... Hm. Brasilien? Z.U.M.? Pili! 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 Er hat ihn! Aber er hat den mit Pili auch schon an Trade. Und Tor. Ab! Hey! Das landet doch wieder bei FIFA Deutschland, ne? Mit E-Tor konnt's auch nicht sein, jamon. Das war nicht möglich. Oh nein. Guckt euch den Keeper an, wie der fliegt, ne? Das war nicht so... Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Ich bin immer zu euch ehrlich. Ich finde es eine Katastrophe. Was macht denn der Gegner da? Ich bin nicht, bin ich vielleicht bei einer Bildschirmzeit von zwei Stunden oder so am Tag. Oh mein Gott, was für ein Tor. Holy shit, Digga. Lewandowski, Goal, 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 Goal. Da würde ich auch direkt rausgehen, Digga. Komm, zieh Leine. Back-to-back Walkout. Oh. 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 Quaresma? Ne, was ist das? Martins? Yeah, geil, also. Leute wollen mir die Icon Pack zusenden? Manche schicken mir das als Videoclip, weil sie eine PS5 haben, weil sie Videoclips versenden können. Cool. Manche haben keine PS5, die können das nicht versenden. Schicken mir das als YouTube-Link, auch cool. Aber was ich hier sehe, der sendet mir den Link von seinem Computer, worunter er es auf seinem Computer gespeichert hat. Das ist zu vieles Guten. Descamps ist der Beste. Ich habe schon ein Tor gesehen gerade. 76er Torwart hält ja alles. Doch nicht? Fallrückzieher Tor von Dani Alves, das weiß ich echt nicht. Ich bin so ein schlechter Spieler, der einfach nur random irgendwelche Bälle nach vorne spielt. Fickst du gegen eine? Ich fick dieses Spiel auseinander, Mann. Was geht denn? Ja. Jetzt kommt noch eins von zwölf, kann ich wegdrücken, ich schwöre, ich schwöre, ich will noch einmal, sieh! Aran, setz dich doof. Jürgeräusche ? Ja. 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 Ich habe den im letzten FIFA-Teil gehabt. Es ist spaßig heute auf jeden Fall. Ich hasse Liebe, weil er für die Game hier ein Angebot macht. Rv mit 1,90 mal besser in Bayern. Was ist das für ein Schuss? Walkout, Aldine, RF, Messi! Wie? Digger! Oh! 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 Ich drück' mir doch! Warum sind die erwarteten Tore genau andersherum? Darum schießt er 7 Tore aus 3 und ich 3 aus 7. Weiß ich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.